Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von Gamers-Palace.de und ich habe heute Tokyo Xanadu X Plus für euch dabei. Das Ganze war gerade im Big in Japan Sale in der PS4 im Angebot und ich dachte mir, das kann ich doch mal mit euch zusammen spielen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was mich erwartet, deswegen dachte ich, es ist ganz praktisch, uns mal mit euch zusammen zu spielen. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf New Game und wir lassen uns gemeinsam überraschen. Ähm... Neh mal, easy. Ja, easy, definitiv. Neh, hope schön. Den Tag, das Daily priviert wurde sehr gut exhaust. actually NORMAL Um, die Accordinginnen, meine Fraustock- Harmon eine Ausnahme, liebe Mitmuliaomin, Cool heißt er, okay. Oh. Mhm, Ahsoka, alles klar. Huh? How ernsthaft. Na los, Go, wir retten sie. Okay. 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 Huh, was jetzt passiert? Oh. Oops. Okay. 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 Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Okay. Das war's für heute. Okay, ich habe die erste Trophäe bekommen. Immerhin. So. Was haben wir denn hier? Ich habe hier Equipment. Habe ich noch nichts. Von Status kann ich auch noch nichts. Oh, ich kann springen. Kann ich die... Die Tondatei kann ich wahrscheinlich nicht umändern. Nope. Okay. Kann ich noch irgendwas drücken? Nee. Hm, noch eine Treppe? Und noch eine Treppe. Und? Oh, keine Treppe. Ein Ausgang. Hä? Oh, noch mehr? Aha. Nö, ich nehme erst mal mein Telefon. Hm. Ah. Oh. Oh. Hübsch. Weggeposert. Weggeposert. Walken stay. Hm. Wiert. Weggeposert Weggeposert. Weggeposert. Das war's für heute. Naa, Hiragi, Janakia, richtig... Ja, das stimmt. Das ist nur ein schlechtes Schmerz. Hiragi... Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Naa, ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na dann los. Ich freu mich. Bin gespannt, was uns noch erwartet. Das war's für heute. 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 Oh. Ryota. Ryota. Okay. Okay. Das merken wir hin. Okay. 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 Jetzt. Jetzt. Okay. 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 Wenn ihr euch dann... Die Mähre Sie eine plantage bedankt... Ist denn das Bord? Jetzt kommt es mir wieder... Es geht nicht direkt wieder... ... aber der Mähre Sie im Glück! Sie haben ohne Drüben keine lustige Mitle gesehen... ... auf jeden Fall, diese Räume zu verabschieden. Sie hat nicht so gut, dass du... Hehehe, Ryo-ta-kun, ich habe immer noch ein paar Dinge zu tun. Ah, gut. Das ist doch ein Kohl-kun. Das ist immer so ein Kohl-kun. Oh, du bist schon immer noch ein Kohl-kun. Du bist schon immer noch ein Kohl-kun. Du bist auch ein Kind, wie ein Kind, oder? Du bist so. Du bist auch ein Kohl-kun-kun. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh, ich glaube, dass ich den Hiehra-Gi-San habe. Ich bin ein bisschen überrascht. Das ist ... ... aber ... 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 Ich bin jetzt nicht so, wie ich, wie ich heute Morgen bin. Es ist ja... Was ich eigentlich... Was ich mich daran interessiert? Ich habe mich daran gedacht, dass ich mich daran fühle, dass ich mich daran fühle. Was ich daran... Ich habe mich daran gewusst. Ich habe mich daran gewusst, dass ich mich daran erinnert. Vielleicht ist es das, was ich? Ich habe auch schon gesehen, dass ich mich daran erinnert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Okay, cool Ne... A, what's das denn? SNS App... Okay. Ah. Ah. Uh-huh. Okay. Cool, dann laufen wir rum und quatschen Leute an. Hihihi. Hallo. Oh. Heeeh. Ah. Huh? Warst du, denn? B instructor und habe Zeitelangfen. Enigna ich bin so Angst, jetzt zu viel sein, aber ich bin hart. Ich kann mich nicht mehr so gerne an. Sie waren schon ganz stolz. Ich bin schon mit ihm. Ich bin schon mit ihm vorbereitet. Ich bin schon mit ihm. Der ist noch nicht so schnell und erinnert. Ich bin schon mit ihm. Ich weiß es nicht, dass ich mich nicht mehr so an. Sora, die ist ja süß. Was ist das für die Kirche? Also ist das für die Kirche? Nein. Wenn ich zwar nicht mehr so mache, dann habe ich einen Schmerz und die Lose. So wie er es, der Vater? Dass ich ... Das war ja, dass ich mich noch anstrengen. Ich bin nicht ganz einfach. Was? Ah, NPC-Mädchen, gut. Obwohl sie kriegt einen Namen, das ist vielleicht kein NPC-Mädchen. Shiaki. Oh, ich weiß, dass ich hier ein Team-Mädchen will. Ich weiß, dass ich hier in meinen Händen stehe. Wenn ich hier in meinem Händen stehe, dann kann ich mit dem Kuchen-Mädchen. Ich weiß, ob ich hier in meinem Händen stehe. Aber ich weiß, dass ich hier... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das Movement-Menü. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich habe euch hier noch ein bisschen was verlinkt. Und wenn ihr mich vermisst, schaut doch mal auf www.gamers-palace.de vorbei, um mehr über Indies, Japano-Spiele und sonstiges zu finden. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.